Das ist Kai. Kai ist Fahrlehrer und wünscht sich eine Website mit der er rundum zufrieden ist. Leider wird seine aktuelle Website bei Suchmaschinen nicht gefunden und auf Mobilgeräten korrekt angezeigt. Doch um das zu verbessern fehlen ihm die nötige Zeit und Know-how. Wie gut, dass es von WebEmpathie ein passendes rundum sorglos Paket gibt. Ganz nach seinen Bedürfnissen kann er zwischen verschiedenen Paketen auswählen. In einem ausführlichen Telefonat werden Kais Vorstellungen besprochen. Um Kais neue Website nach seinen Wünschen zu gestalten, kommt der Webdesigner sogar persönlich vorbei. Wow! Kai kann sich entspannen. Denn WebEmpathie kümmert sich nicht nur um die Gestaltung der Website, sondern sorgt auch dafür, dass diese nun von Suchmaschinen gefunden und optimal auf Mobilgeräten dargestellt wird. Und auch rechtlich ist alles auf der sicheren Seite. Falls es Neuerungen gibt, genügt ein Anruf bei WebEmpathie und die Website wird umgehend aktualisiert. Kai kann sich nun wieder voll und ganz auf seine Fahrschüler konzentrieren und freut sich, dass auch seinen Kunden die neue Internetseite gefällt. Das möchten Sie auch? Kontaktieren Sie uns. Jetzt.